Hallo und willkommen zum nächsten Video zu CitySkylines. Dankeschön für's einschalten und heute gucken wir uns mal wieder eine Stadt von euch an. Und zwar diesmal von Peter. Wir gehen gleich auf die Stadt ein. Wer seine eigene Stadt mal einschicken möchte, der findet ein Formular in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr eure Stadt einschicken. Egal ob ihr was zeigen wollt, irgendwelche Probleme habt. Ich guck mir die ganz gerne an. Sag oder gib meinen Senf dazu ab und lerne dabei auch noch ein bisschen was. Deswegen gucken wir uns jetzt mal Düdelheim an. Heißt echt Düdelheim. Und wie gesagt, die Map ist von Peter. So, folgendes. Er sagt oder er schrieb auf jeden Fall, das ist meine allererste Stadt, welche leider immer schon Stauprobleme hatte, weshalb ich sie irgendwann nicht mehr weitergespielt habe. Und beim Anschauen der Map, also ich muss sagen, die sieht so ganz schön aus, auch hier in diesem Gebirge, in den Bergen. Aber da ist ein massiver Fehler drin, den ihr auf keinen Fall machen solltet. Und zwar sind hier relativ wenig Abzweigungen an Straßen und die Straßen sind einfach super lang. Wenn ihr jetzt mal die Straße achtet, die fängt hier oben an. Gut, da ist so eine Abzweigung, aber die geht hier so runter und die hat keine einzige Abzweigung. Also die ist wirklich bis hier ungefähr. Also das dürft ihr auf gar keinen Fall machen, weil zum einen werden eure Servicegebäude dadurch ganz stark eingeschränkt und zum anderen müssen die Leute immer super weit fahren, bis die von A nach B kommen und dadurch entsteht halt Stau. Also am besten immer, wenn ihr so eine Straße macht, hin und wieder mal eine Abzweigung reinmachen und dann geht es auch ab. Das ist eigentlich auch schon das Riesenproblem von der Stadt. Und natürlich noch ein paar andere Sachen wie Müllprobleme. Dann sind nicht genügend Fahrzeuge da, um die Toten abzuholen. Also hier sieht man zum Beispiel, hier sind massive Müllprobleme drin. Vom Verkehr technischen her geht die Stadt eigentlich, muss ich sagen, 85 Prozent. Aber das, was ich gerade euch gezeigt habe, das hier, das wäre auf jeden Fall später ein ganz massiver Fehler und ein ganz massives Problem, was die Stadt dann hätte. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen in die richtige Richtung. Ich glaube nicht, dass wir einen Verkehrsfluss großartig verbessern können, weil 84 Prozent ist auf jeden Fall schon gut. Aber zumindest kommen wir jetzt hier das eine oder andere Mal oder auf das eine oder andere Mal eingehen und mal ein bisschen was dazu sagen. Wie zum Beispiel, achte mal drauf, diese Stadt hier, die ganz viele Müllprobleme hat, hat einfach einen riesigen Kreisverkehr mit ganz vielen Abzweigungen. Vom Prinzip her gar keine schlechte Idee, das Ganze so zu bauen, aber da ist nicht viel dran. Also erwarten wir auch nicht relativ viel Verkehr. Das Einzige, was nur ist, die Leute, die hier wohnen, müssen einfach ewig keinen fahren, bis sie irgendwo sind. Und das ist nicht gut. Und die Servicegebäude kommen da halt auch nicht so ganz hin. Deswegen machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir machen das mal frisch. Und wir können auch gleichzeitig, ich gucke gerade mal, genau, hier ist zum Beispiel auch eine Anbindung. Und da würde ich schon machen, dass man von hier da durchfahren kann. Und dass man dann die Straßen einfach da drauf fahren lässt. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Also da ist nahezu auch gar keiner hergefahren, muss man sagen. Das war schon echt weird. So, wir nehmen das weg, machen hier dann so eine Straße. Und zum Thema, wie es hier auf dem Kanal weitergeht. Ich hatte ja jetzt letztens so ein Computerprojekt, also einen neuen Rechner zusammengebaut. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt mit einer Komplettkasse und Wasserkühlung. Das hat echt super viele Stunden in Anspruch genommen. Und jetzt, wo das Ganze so ein bisschen entspannt ist, können wir jetzt hier auch mal wieder anfangen, alles nach und nach zu starten. Ich hoffe, das ist okay. So, warte. Und dann können wir den unterirdisch da dran machen. So, das ist, glaube ich, schon mal viel, viel besser. Jetzt können die Autos schon mal einmal durchfahren. Das konnten die halt vorher nicht. Jetzt machen wir noch folgendes. Und zwar, hier oben ist halt auch noch eine Abzweigung. Das schließen wir jetzt auch mit an. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hier unten in den Berg rein. Ach, lol, ich bin auf dem Kurvenmodus. So. Fahren dann hier runter. Gefälle zu steil. Okay, das ist schon sehr weit unten. Da benutzen wir jetzt mal ganz kurz den roten Vogelmodus. Und dann schließen wir hier dran die anderen Straßen alle an. Sind zwar auch relativ viele Kreuzungen, die wir da jetzt auf der Straße haben, aber... Dadurch, dass da nicht sonderlich viel Verkehr erwartet wird, also gehe ich nicht von aus, sollte das eigentlich relativ easy gehen. So, und ihr habt gerade gesehen, die haben ein massives Müllproblem. Deswegen sagen wir mal folgendes. Wir machen hier noch irgendwo ein Versorgungsteil hin. Ich überlege gerade, ob wir dann nochmal hier hochfahren irgendwo. Oder wir machen direkt hiervon noch eine Abzweigung. So rüber vielleicht. Wir machen hier unsere Müllversorgung hin. Müllentsorgung? Müllverbrennung. Habe ich gesehen, damit wurde auch schon öfter gearbeitet. Ich mache jetzt mal drei Stück. Hier ist auch noch eine Müllhalde, die kann entladen werden und dann kann die nachher da weg. So, die fahren jetzt los und holen erstmal den Müll von hier ab und sind dann auch noch in dem Bereich und können auch relativ schnell hier in die Stadt reinfahren. Also das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Da muss natürlich noch der hin. Und wo wir gerade hier oben sind, gehen wir auch nochmal ganz kurz auf die Verbrenner ein. In demnächst machen wir dann nochmal die hier. Damit hier noch ein paar Leute abgeholt werden. Da ist zu laut. Dann machen wir es so. Immer wenn es zu laut ist, machen wir die einfach weg. Voll gut einfach. So. Okay, das dazu. Hier oben haben wir jetzt einigermaßen schon erledigt. Ich muss sagen, dass ich das gar nicht so... Also ich muss sagen, dass das echt schön aussieht auf eine Art, wenn man das noch ein bisschen anders in der Stadt integriert hätte, ist das echt cool. Gerade auch mit den Straßen an der Kaimauer. Und dass die... Na gut, die enden halt hier ein bisschen doof. Aber prinzipiell ist das gar nicht so schlecht, wie es hier gebaut wurde. Deswegen ganz cool. So. Dann habe ich gesagt, die Straße ist einfach viel, viel zu lang. Und da macht man am besten... Zwischendurch einfach... Muss gar nicht viel sein. Aber zwischendurch einfach so ein paar Verbindungen dahin. Einfach egal, wo drauf. Wahrscheinlich provozieren wir jetzt den einen oder anderen Stau sowieso noch. Oder auch Laufwege fehlen da auch massiv irgendwo noch drin. So. Und dann können wir vielleicht von hier nochmal da runterfahren. Dann nochmal da rüber. Und vielleicht hier, weil die relativ nah zusammen sind schon. So. Jetzt haben wir die Straße ordentlich aufgeteilt. Ich habe ja gesagt, dass das auch gerade für die Servicegebäude relativ wichtig ist. So zum Beispiel Schulen. Ihr seht, die Schule streut jetzt auch so ein bisschen in das Gebiet rein. Als die Straße weg war, sah das Ganze nämlich so aus. Dann ist das hier nämlich grau. Oder als die Straße weg war, da war hier alles grau. Deswegen, so sind die Servicegebäude halt aufgebaut. Dass die halt eine Verbindung brauchen. Und dann streuen die halt besser rein. Also ihr habt automatisch eine bessere Schulbildung. Jetzt in dem Bereich. Und klar, wenn man so eine Straße haben möchte. Sehr pentinenmäßig. Dann würde ich die glaube ich nicht unbedingt in der Innenstadt bauen. Sondern ein bisschen weiter draußen. Damit halt die. Ja, damit da nicht so viel Verkehr drauf ist. Und damit die halt nicht überall rummeckern. So, wir machen jetzt die Gebäude nochmal hier alle voll. So, da wurde auch direkt wieder Müll abgeholt, ausgezeichnet. An sich kann man auch glaube ich ganz gut sehen, dass es viel zu wenig Schulen gibt. Klar, er hat das Hardware Collider oder wie das heißt. Wo ist das? Da ist es. Hallo? Hatte ich zumindest mir irgendwo gesehen. Das läuft bei der Uni, ne? Öffentliche Oberschule. Ah, finde ich nicht. Steht auf jeden Fall rum. Ist ein Monument, was quasi Schulbildung richtig boostet. Aber ich glaube dafür reicht es im Grunde. Aber trotzdem sind die Schulen halt so, wie sie wären, nicht sonderlich gut. Wir machen hier nochmal eine Schule hin. Ich glaube das bringt aber bei dem Monument halt nicht viel, wenn man hier eine Schule hinbaut. Achten wir mal ganz kurz drauf, ob die jetzt hochballern oder ob die so bleiben. Ah, der bringt schon was. Also Schulen generell, auch wenn man das große Monument hat, bringt glaube ich schon eine Menge. Vielleicht machen wir da das Monument einfach mal weg. Hier das Hardware. Oder wie das heißt. Ich weiß aber, ich weiß gerade nicht, wo es ist, ne? Wo hat es sich denn versteckt jetzt? Ach, da hinten. Okay, jetzt heißt es davon. Da ist es. Hardware Collider. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Sorry dafür, sage ich irgendwie immer anders. Du kommst mal weg. So, manche freuen sich, manche sind mega traurig darüber. Aber Kapazität der Schulen sind immer noch ausreichend, ne? Detabiert eigentlich. Genau wie Oberschule. Universitäten. Universitäten nicht. Da würde ich eher eine Universität bauen als das Hardware Collider, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lohnt sich aber auch wirklich erst, wenn man eine gute Struktur hat und dann generell noch ein bisschen was upgraden möchte. Mit einem Monument oder so. Ach, hier, guck mal. Universität am Start. Und normalerweise müssten die ganzen Häuser jetzt auch hochballern. Also man hört es ja auch schon die ganze Zeit, wenn man jetzt hier zwischendurch noch ein paar Schulen verteilt. Klar ist die Auslastung jetzt nicht so hoch bei der Einwohnerzahl. Aber trotzdem möchte jeder die Möglichkeit haben, zur Schule zu fahren. Und hier fehlt gleich, glaube ich, auch nochmal eine Straße runter. Machen wir direkt mal da dran. So, einen Fehler habe ich noch gesehen. Hier dieser Hafen. Ist das ein Hafen? Fährendepot. Mehrere Probleme. Da kommt keiner hin. Da ist nur eine Einbahnstraße, die wegführt. Ist halt auch ein Problem. Sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Also wenn, dann in beide Richtungen am besten. Weiß es nur nicht, warum wir nicht in den Tunnelbereich kommen. Da, genau. Ne, was steht denn da los? Da machen wir neu. Oder werden einfach runtergehen sollen mit der Straße. Egal, passt schon. So, warte. Dann können wir den auch komplett wegmachen. Oder wir lassen den und machen den jetzt so. Warte. Also jetzt ist das Fährendepot auch da, wo es hin soll. Nämlich an der Straße angeschlossen. Ganz, ganz wichtiges Ding. So. Also das ist bei der Stadt quasi das Entscheidendste, dass man mehr Straßen baut. Was ist hier los? Geringer Bodenrichtwehr. Das liegt jetzt daran, dass wir dieses Monument weggemacht haben. Aber wir sehen auch, hier sind weder Parks noch Plätze ordentlich verteilt. So, da hat noch ein Schlauch gefehlt. Was ist hier los? Zu wenig Dienstleistungen. Alter, wie alle einfach ausziehen. Guckt euch an. Okay. Feuerwehr ist am Start. Polizei auch. Krankengedöns ist auch am Start. Es fehlt wirklich, glaube ich, einfach nur Parks und Plätze und so ein Kram. Dabei muss ich sagen, manche Sachen haben bei mir wieder nicht geladen. Ich kann meistens die Städte nicht komplett übernehmen. Ich hatte halt die Parkplätze nicht bekommen. Hier waren noch Parkplätze drin und die wurden mir gerade als fehlend angezeigt. Deswegen war da, glaube ich, auch ein Problem jetzt. Deswegen müssen wir jetzt normale Parks benutzen. Können wir hier eigentlich so einen Park nur einbauen irgendwo? Ja, geil. Aber gut. Verkehr geht hoch, aber auch aus dem Grund, weil einfach 8.000 Leute weniger gewohnen. Das ist das Ding jetzt. Also ich habe gerade ein Monument entfernt. Kleiner Tipp nochmal mit dem Monument. Macht das Monument nicht hin. Also noch nicht so früh. Wartet mit dem Monument am besten. Weil das verfälscht einfach alles. Oder auch hier sind gar keine Straßen, glaube ich, oder? Sind hier Straßen? Hier fehlt einfach eine komplette Straße an der Stelle. Ja, Autos fahren hier ganz gut rum. Die Stadt ist gerade im Wandel, deswegen alles gut. Hier auch wieder. Das ist einfach so krass. Alleine schon, wenn man diese Ansicht hier sieht. Man kann erkennen, dass wenn man von der Seite der Stadt auf die Seite fahren möchte, muss man wirklich hier komplett hochfahren. Einmal rüber und dann wieder runter. Also das ist nicht gut, dass hier kaum Verbindungen bestehen zu der Einheit. Einzelbereite, einzelnen Stadtteilen. So, machen wir mal so durch. Sollte auf jeden Fall schon einiges bringen. Dann machen wir hier noch. Hier könnte noch ein Kreisverkehr hin, weil da halt vier Straßen sind von allen möglichen Richtungen. Es ist aber jetzt nicht so viel Verkehr, dass sich das lohnt. Und dann machen wir nochmal hier einen rüber und wird auch direkt gut angenommen, glaube ich. Guck mal, wie viele zum Fährendepot fahren. Voll gut. Okay, wir haben eine U-Bahn-Linie. Für die Größe der Stadt absolut nicht gut. Also am besten hätte ich hier drei Kreise gemacht. Also einen hier. Dann nochmal einen hier so. Oder vielleicht sogar zwei hier. Also hier noch einen. Da wahrscheinlich. Und hier drüber noch einen oder so. Dass zumindest alles so ein bisschen abgedeckt ist. und vor allen Dingen in beide Richtungen am besten fahren lassen. Und nicht nur in einer. Also da auch ganz wichtig drauf achten. Ich habe auch mal eine Stadt gehabt in der Vorstellung, wo gar keine Verkehrssachen drin waren. Also wirklich. Und da hatte man erst maximal Stau. Und nachher ging es echt. Und das war so ein krasser Unterschied, muss man sagen. Okay, ich fahre mal die U-Bahn nach. Also die ist echt schon kreuz und quer. Und auch Doppelbelegungen auf den einzelnen Strecken. Was jetzt, wovon ich halt immer mega abrate. Jetzt sind wir einmal im Kreis gefahren. WTF. Okay, dann würde ich sagen, nochmal andersrum, oder? Jetzt haben wir es ja gecheckt. So, fangen wir hierher. Da können wir nicht halten. Hier halten wir nochmal. Doppelbelegung. Jetzt fahren wir, glaube ich, hier lang. Halten einmal da. Halten hier. Halten dann nochmal hier. Mein Gott. Fahren dann nach da. Hier. Und jetzt schließen wir uns wieder an. So, jetzt haben wir zumindest zwei Linien, die so ein bisschen sich entgegenkommen. Eigentlich kommen die sich genau entgegen, oder? Haben fünf Fahrzeuge. So, ich erhöhe immer die Fahrzeuganzahl. Aber ihr seht, es wollen richtig viele fahren. Im Gegensatz zu vorher ist jetzt schon viel, viel mehr los. So, ich glaube, die Stadt hat sich jetzt langsam erholt von dem Abbruch des Hardwaren Colliders. Also, das ging jetzt gerade rapide nach unten, hat man ja gerade gesehen. Aber davon kann ich auch nur abraten, gerade in Anfangsbereichen. Normalerweise hat man das auch gar nicht frei am Anfang. Deswegen am liebsten erst mal mit normalen Schulen arbeiten, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Und dann nach und nach vielleicht die Dinger reinballern. So, wir haben jetzt 17.000 Einwohner. Was macht unser Verkehr? Ist bestimmt besser geworden. War weniger Verkehr. Wir haben ja drei Prozent schon mal hoch. Sehr gut. Und man kann jetzt überall noch so ein bisschen verbessern und die Straßen noch mal ein bisschen optimieren, je nachdem, wo jetzt so viel los ist. Aber ihr habt gesehen, das Eigentliche, wo drum es in dem Part ging, ist, dass man nicht so lange Straßen baut, was ganz, ganz entscheidend ist und ganz, ganz wichtig ist. Wir haben jetzt einige Querstraßen eingebaut. Wirkt aber ehrlich gesagt, wenn man die Stadt so sieht, eigentlich ganz cool so. Also, ein bisschen anders als bei mir immer. Ich habe ja meistens immer so Blöcke. Hier ist wirklich so alles kreuz und quer, was echt schön aussieht. Und, klar, Probleme haben wir jetzt. Land Value Low. Zu wenig Services. Das ist schon krass geworden. Was man eventuell noch machen könnte, um das Ganze jetzt noch einmal zu testen. Passt aus. Ah, geht gar nicht. Schade. Ich hätte das Eden Project gebaut. Das wäre doch krass geworden. Dann werden die ganzen Bodenrichtwerte nach oben geballert, aber bis auf Maximum. Das wäre natürlich krass geworden. Und hier muss man jetzt gucken, was fehlt. Fehlen auf jeden Fall noch ein paar Gebäude. Hier fehlt noch eine Feuerwehr an der Ecke. Hier oben auch. Hier gehen die Servicegebäude gar nicht hin. So, verbindet man am besten hier. Und dann geht das Servicegebäude da auch hin an der Stelle. Ja, jetzt geht es auch da einmal rum. Aber schon eine sehr, sehr... Oder auch die Straße. Alter, guckt euch die Straße an. Wie lang die einfach ist. Hier. Denkt dran, Autos fahren nur fünf Minuten, dann die spawnen die. Das ist das Problem. Und auch hier könnte man ganz gut ansteuern. Könnte man jetzt hier noch einen Kreisverkehr machen. Äh, warte. Alter. Zwei bitte nicht. Einer reicht. So, hier noch einen Kreisverkehr eingestellt. Hier nochmal die Straße angeschlossen. Und jetzt fluppt es da an der Stelle. Okay, aber ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zugucken. Das wäre jetzt ein kleiner Anfang. Mal eine andere Stadt gesehen. Düdelheim. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt auch eure Städte einschicken. Link dazu in der Videobeschreibung. Und hier kommt das eine oder andere Video bestimmt jetzt auch wieder regelmäßiger. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Spiel, wollte ich schon sagen. Bis zum nächsten Part aus einer anderen Stadt. Nicht Düdelheim. Tschüss. Ah, guck mal. Einwohner kommen langsam wieder. Perfekt.